Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Pempefort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 32 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 670 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Pempefort.